Über das Thema in Real-Life-Streaming sprechen, alles was dazugehört, welches Setup man benötigt und vor allem ganz wichtig, euer Datenplan. Wenn ihr in Real-Life-Streaming anfangt, sei es mit dem Smartphone oder mit einem kompletten Rucksack, den ihr dafür nutzt und dann in Real-Life-Streaming betreiben wollt, stellt sich euch doch irgendwann mal die Frage, wie viel Gigabyte verbrauche ich denn und was für einen Tarif benötige ich denn? Auf meiner Homepage habe ich euch mal einen Beitrag erstellt, Thema Bandbreite, was ihr benötigt, welcher Tarif sich am besten dafür eignet und was man da beachten muss. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Thema die Bandbreite. Ja, wenn ihr jetzt in Real-Life-Streaming betreiben wollt, unabhängig davon, was ihr da für eine Kamera habt und so weiter und so fort, welchen Enkoder ihr verwendet. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ihr einen ganz normalen H.264-Encoder verwendet als Format oder Encoding-Format, dann habt ihr folgendes Problem. Wenn ihr mit Full-HD streamen wollt, mit 1080p 60 Bildern pro Sekunde, also 60 Frames pro Sekunde, dann habt ihr eine benötigte Videobitrate von 12,6 Mbit die Sekunde. Das heißt, diese 12,6 Mbit die Sekunde an Bandbreite müsst ihr auf jeden Fall haben, damit ihr überhaupt das Video in diesem Format senden könnt. Also benötigt ihr einen Upload-Speed von 21 Mbit die Sekunde. Warum 21 Mbit die Sekunde und nicht 12,6? Ganz einfach. Im Hintergrund werden ja immerhin weiter noch Daten versendet und ihr benötigt auch weiterhin eine gewisse Bandbreite, die euch noch zur Verfügung stehen muss. Weil im Hintergrund, sei es vom Smartphone oder so, hat immer wieder Daten nachgeladen werden, hochgeladen werden etc. pp. Ihr braucht auch Ressourcen im Hintergrund, die euch noch zur Verfügung stehen. Man sagt, für den Videostream an sich braucht man ungefähr 60% der vorhandenen Bandbreite. Also wenn ihr Full-HD mit 1080p betreiben wollt, mit 60 Frames pro Sekunde, braucht ihr einen Upload-Speed von 21 Mbit die Sekunde. Wollt ihr aber Full-HD mit 30 Bildern pro Sekunde machen, weil ihr kalt keine 60 Mbit benötigt, dann reduziert sich eure Bandbreite schon mal auf 6,5 Mbit die Sekunde von der Videobit-Rate und der Upload-Speed sinkt dann auf 10,6 Mbit die Sekunde. Für die Leute, die nicht mit 1080 streamen wollen, sondern auch ganz normal auf HD umschwenken, weil sie halt erstmal klein anfangen wollen. Bei HD mit 720p60 habt ihr schon eine Videobit-Rate von 5,6 Mbit die Sekunde und da benötigt ihr einen Upload-Speed von 9,5 Mbit die Sekunde. Bei HD mit 720p30, also 30 Frames pro Sekunde, habt ihr eine benötigte Videobit-Rate von 3 Mbit die Sekunde und einen Upload-Speed von 4,9 Mbit die Sekunde. Heißt, euer Tarif, den ihr verwendet, muss eine Mindest-Upload-Speed von 4,9 Mbit die Sekunde haben, damit ihr auch ohne Probleme streamen könnt. Das ist schon teilweise recht schwer umzusetzen, je nachdem wo ihr wohnt, je nachdem wo ihr euch aufhaltet, je nachdem wo ihr unterwegs seid und wie euer Smartphone-Tarif aussieht. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter, wenn ihr jetzt nun mal streamen wollt und rechnet das mal um, auf wie viel Gigabyte ihr dann pro Stunde kommt. Und ich habe euch das mal schon mal umgerechnet in der Tabelle zusammengefasst. Full HD mit 1080p und 60 Frames pro Sekunde habt ihr schon ein Datenvolumen von 5,67 Gigabyte pro Stunde. Das ist nicht gerade wenig. Bei Full HD mit 1080p und 30 Frames pro Sekunde habt ihr schon ein Datenvolumen von 2,93 Gigabyte pro Stunde. Ihr merkt, für 30 Frames mehr pro Sekunde habt ihr ein erhöhtes Volumen, das ihr verbraucht. Gehen wir jetzt mal runter auf 720p mit 60 Frames pro Sekunde habt ihr nur noch 2,52 Gigabyte pro Stunde, die ihr verbraucht. Und in HD mit 720p und 30 Frames pro Sekunde habt ihr nur noch 1,35 Gigabyte die Stunde. Das ist ja gar nicht mal so wenig, das ist auch gar nicht mal so viel, aber ihr habt dann halt pro Stunde einen Verbrauch von 1,35 Gigabyte. Und je nachdem, was ihr für einen Tarif habt, ist euer Volumen ganz schnell weg. Also wenn ihr in Reweb Streaming betreiben wollt, müsst ihr euch schon für einen Tarif entscheiden, der auch wesentlich mehr Handbreite und Volumen für euch ermöglicht. Jetzt sagen wir mal, ihr habt ein Volumen von 40 Gigabyte im Monat und ihr möchtet mindestens 2 Stunden lang streamen. Rechnen wir das mal um, dann habt ihr bei 40 Gigabyte im Monat ein Volumen, das euch zur Verfügung steht in eurem Vertrag. Habt ihr nur noch die Möglichkeit, in Full HD mit 60 Frames pro Sekunde könnt ihr 3,5 Tage streamen. Das heißt, am Monat könnt ihr nur noch 3,5 Tage streamen in dieser Auflösung. Mit 1080p und 30 Frames pro Sekunde könnt ihr schon immerhin 6,8 Tage streamen. In normaler HD-Auflösung mit 720p und P60 sind es schon 7,9 und in 720p und P30 könnt ihr ganze 14 Tage lang streamen pro Monat, jeweils 2 Stunden. Dann ist aber auch euer Volumen von 40 Gigabyte verbraucht. Und habt ihr aber die Möglichkeit, bei den verschiedensten Handy-Tarifanbietern auch sogenannte unbegrenzte Flattrades zu bekommen. Also es gibt ja zum Beispiel den unbegrenzten Tarif von der Telekom, von Vodafone und von O2. Ich habe das mal ausgerechnet zusammengerechnet, wie das denn aussehen würde. Also nehmen wir mal an, ihr habt euch jetzt für einen von diesen drei Anbietern entschieden. Ja, den Telekom Magenta Mobil XL ohne Unlimited-Vorteil. Das heißt, ihr habt bei diesem Anbieter keine Begrenzung an Verbrauch, an Gigabyte-Verbrauch. Und ihr zahlt da pro Gigabyte 48 Cent. Bei einem Volumen von 175,8 Gigabyte, 30 Tage lang 2 Stunden gestreamt mit 1080p30. Bei Vodafone zahlt ihr für den unbegrenzten Tarif 79,99 Euro. Und bezahlt für 1 Gigabyte 45 Cent. Bei O2, da ist der Tarif O2 Free Unlimited Max, unbegrenzt, habt ihr ebenfalls ein Volumen von 175,8 Gigabyte. Und da kostet der Tarif nur 34 Cent pro Gigabyte. Natürlich sieht es so aus, als wäre jetzt O2 der beste Anbieter, was das Ganze angeht. Weil schließlich ist der Preis aber mit 95,99 Euro, also knapp 60 Euro pro Monat, am günstigsten für das Portemonnaie. Vodafone ist mit 80 Euro, ja, schon teuer, aber auch noch machbar. Und Telekom ist mit 85 Euro im Monat natürlich die oberste Klasse, also der teuerste Tarif überhaupt. Aber Telekom hat ja natürlich das beste Netz. Schauen wir uns jetzt erstmal das O2-Netz an. Gehen wir mal auf die Seite hier. Und da haben wir die Karte von Deutschland. Mit den einzelnen Versorgungsgebieten. Nehmen wir mal als Beispiel mal Wuppertal. Und lassen uns mal das 5G-Netz anzeigen. Ja, Wuppertal-Versorgung, 5G ist ja augenscheinlich ganz gut. Also ihr seht ja hier, es ist alles blau hinterlegt. Das heißt, in Wuppertal habt ihr ein gutes 5G-Netz. Aber sobald ihr mal ein bisschen rausfahrt, Richtung Beinburg, hier unten, habt ihr zum Beispiel gar kein 5G. Gehen wir mal ein in die Suche, ob das auch wirklich so stimmt. Tatsächlich, es bleibt dabei, Beinburg hat kein 5G-Netz. Hat es denn ein 4G-Netz? Ja, in Gebäuden. 2G auf jeden Fall, aber kein 5G-Netz. Zoomen wir mal raus, seht ihr, dass O2-5G, die Abdeckung davon ist halt teilweise recht schwierig. Also wir haben nicht überall 5G von O2. Das heißt, ihr habt diese Geschwindigkeit schon mal nicht. Hagen, dann sieht das zum Beispiel aus, als hätten wir gar nichts. Gehen wir mal Hagen ein in die Karte. Hagen Nordrhein-Westfalen. Ha, komisch. Hat ja gar kein 5G-Netz. Ja, das ist im Freien nicht verfügbar, im Gebäude nicht verfügbar. 4G, dafür ja, aber kein 5G-Netz. Ja, 5G ermöglicht euch Geschwindigkeit von, ich glaube, über 150 MBit, die Sekunde Download-Speed und keine Ahnung wie viel an Upload-Speed. Aber es geht halt darum, festzustellen, wie gut wäre denn eigentlich die Netzabdeckung dabei, ne? Und wenn ihr wirklich in Real-Life-Streaming betreiben wollt, müsst ihr das halt im Hinterkopf behalten, je nachdem, für welchen Tarif ihr euch entscheiden wollt. Also, Hagen hat nichts, keine Netzabdeckung mit 5G von O2. Iserlohn hat nichts. Ich kann das nochmal kontrollieren. Nummer 1, Iserlohn. Ja, tatsächlich keine 5G-Abdeckung. Menden, Sauerland hat 5G. Schwerter hat 5G. Witten hat 5G. Gehen wir mal nach Dortmund. Ja, Dortmund hat 5G, teilweise in Gebäuden, teilweise im Freien. Wunder, hat gar keinen 5G, wie es aussieht. Es gibt halt sehr viele weiße Flecken, die sich dann auch beim Real-Life-Streaming bemerkbar machen. Das heißt, wenn ihr dann draußen unterwegs seid, meinetwegen wollt ihr nur ein bisschen in der Stadt Real-Life-Streaming betreiben, dann habt ihr da 5G. Also, ihr habt da eine gute Geschwindigkeit, eine hohe Geschwindigkeit. Aber, falls ihr da mal in den Vorort rausgeht, habt ihr schon mal eine schlechtere Netzabdeckung. Das wird sich bemerkbar machen. Ihr werdet häufiger Verbindungsabbrüche haben, euer Stream wird verpixelt sein. Das wird interessant. Gucken wir mal, wie es denn zum Beispiel mal in Köln aussieht. Ja, Köln ist natürlich wunderbar abgedeckt. Sieht doch gut aus. Köln, gute Abdeckung mit 5G. Größere Städte sind teilweise sehr gut abgedeckt, aber Leverkusen, ja, nur ein paar Kilometer weiter weg von Köln, hat augenscheinlich keine 5G-Abdeckung. Das Netz ist dort nicht vorhanden. Ja, tatsächlich keine 5G in Leverkusen. Hm, komisch. 4G haben sie, 5G aber noch nicht. Ja, und das sollte man halt wissen, wenn man sich dann für einen 5G-Tarif von Uru entscheidet, der augenscheinlich am günstigsten ist, mit 59,99 Euro pro Monat. Anschlusspreis, den lasse ich jetzt erstmal weg, das sind halt Ausgaben, die müssen wir tragen. Aber ihr habt kein Netz in den, teilweise auch in großen Städten. Ja, gut. Das hätten wir schon mal mit, äh, da hätten wir schon mal einen Teil von Uru abgehandelt, ne. Also das günstigste, der günstigste Tarif ist nicht immer der beste Tarif, weil ihr teilweise nur schlechte Abdeckungen habt. Deswegen solltet ihr, bevor ihr euch für den O2 5G-Tarif entscheidet, erstmal gucken, wo wohnt ihr, wie ist die Netzabdeckung an dieser Stelle. Und kommt ihr mit euren Uru-Live-Streaming-Vorhaben auch da zurecht. Also wenn ihr jetzt mal außerhalb, wenn ihr mal, so wie ich jetzt mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike unterwegs sein wollt, oder mit dem ATV, und ihr wollt Uru-Live-Streaming betreiben, und ihr seid in der Stadt unterwegs, die keine 5G-Netzabdeckung hat, oder 4G-Netzabdeckung hat, dann habt ihr ein Problem. Da könnt ihr nicht streamen. Und deswegen, 60 Euro für O2, ja, wenn ihr Glück habt und in einem Gebiet unterwegs seid, das eine wunderbare 4G-5G-Netzabdeckung hat, könnt ihr den Tarif nehmen. Gucken wir mal, wie es denn bei Vodafone aussieht. Lassen wir uns mal 5G anzeigen. Von Vodafone. Gucken wir mal in Wuppertal beispielsweise. Ja, Vodafone scheint eine gute Abdeckung in Wuppertal zu haben. Zumindest im Hauptteil von Wuppertal. In Langa fällt schon mal gar nicht. Da ist der Flecken hier weiß. Weyenburg ist schon mal nicht versorgt. Gucken wir mal bei Radevormwald. Na? Wettet er jetzt? Ja, Radevormwald hat eine Abdeckung. Aber wie sieht es denn jetzt mit Remscheid aus? Haben wir uns ja vorhin angeguckt, ne? Remscheid, Lennep. Scheint eine gute Abdeckung zu haben. Wie sieht es denn mit Hagen aus? 5G von Vodafone. Ja, tatsächlich. Hagen ist damit versorgt. Wie sieht es mit Leverkusen aus? Leverkusen ist auch von Vodafone mit 5G beglückt. Sind ja soweit zu klappen. Aber wir gucken uns mal an, welche Gebiete denn versorgt sind, laut der Karte. Ja, wie ihr ja sehen könnt auf der Karte, alle großen Städte sind mit 5G ausgestattet. Zumindest hier in dem Bereich habt ihr überall 5G. Dortmund habt ihr 5G. Bochum habt ihr 5G. Essen 5G. Iserlohn hat kein 5G. Da seid ihr schon mal nicht abgedeckt. Lüdenscheid. Auch viele weiße Flecken. Kreuzsalat ein bisschen 5G. Siegen hat... Ja, Siegen. Kreisegeland wieder. Wittgenstein. Größte Stadt da überhaupt. Ist fast zur Hälfte. Weißer Fleck. Ja? Also das müsst ihr halt immer im Hinterkopf behalten. Da, wo ihr in Reveal String machen wollt, braucht ihr einen guten Tarif. Einen guten Tarif, der viel Upload ermöglicht. Eine gute Downloadgeschwindigkeit. Und nach Möglichkeit keine Volumenbegrenzung. Die Netzabdeckung ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ihr seht hier auf der Karte, wie viele weiße Flecken hier noch existieren. Wenn ihr nur in den Städten unterwegs seid, habt ihr Glück. Wollt ihr rauskommt, der Pech. Und das ist halt der Gigamobil XL-Tarif für 79,99 Euro. Wie ich schon sagte, 80 Euro. Mit unbegrenzten Gigabyte. Das heißt, ihr habt keine Volumenbeschränkung. Und es ist wirklich eine echte Flatrate. So wie im Festnetzanschluss. Aber ihr habt nicht überall Netz. Gucken wir uns mal jetzt die Geschichte mit der Telekom an. Das ist die Deutschlandkarte von Telekom. 5G Netzabdeckung. Gehen wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Gucken wir mal in Hagen rein. Ja, sieht schon mal gut aus. Iserlohn ist versorgt. Hema ist versorgt. Gebelsberg ist versorgt. Lüdenscheid ist versorgt. Das hatten wir vorhin nochmal als Ziele genannt. Meinerzagen, Attendoren, Olpe, Wänden, Siegen ist versorgt. Aber Kreuztal? Kreuztal ist auch versorgt. Wilchenbach ist versorgt. Ja klar, die Telekom hat auch viele weiße Flecken noch. Aber das sind halt überwiegend Gebiete, die von viel Wald umgeben sind. Also eher ländliche Gebiete, die noch helle Flecken aufzeigen. Aber die meisten Städte, so wie ich das jetzt auf die Schnelle erkennen kann, sind mit dem 5G Netz ausgestattet. Remscheid hat auch ein paar weiße Flecken, aber es ist mit dem 5G Netz beglückt. Kuppertal ist mit dem 5G Netz beglückt. Und zwar fast überall. Außer hier oben. Ja, was ist das? Konsumstraße. Die Konsumstraße. Ja, die hat bei den 14.12. Kein 5G. Das ist ein weißer Fleck bei denen. Helberfeld hat 5G. Rodenberg, Erkrad, Solingen, Burscheid, Wermelskirchen. Die Hauptstädte auf jeden Fall. Ja, Köln ist abgedeckt. Düsseldorf ist abgedeckt mit 5G. Kelsenkirchen, Bottrop, Oberhausen und so weiter und so fort. Dortmund. Ihr seht halt jetzt anhand der Karte, dass Deutschland in den Gebieten, wo es eher wirklich städtisch ist, bei der Telekom eine gute 5G Abdeckung hat und die Waldgebiete eher nicht. Hauen wir mal 4G rein. Ja, das sieht ja schon wesentlich besser aus. Ja, die Telekom prallt anscheinend nicht umsonst damit, dass das 5G Netz bei denen am besten ist. Scheint der größte Versorger in Deutschland zu sein, zumindest was die Städte angeht. Die ländlichen Gebiete, Waldgebiete sind halt eher schlecht abgedeckt. Aber vielleicht wird sich das noch in nächster Zeit ändern. Ja, schauen wir uns mal kurz den Tarif an. Agenda Mobil. Gehen wir mal hier auf Mobilfunk. Smartphone-Tarife. Agenda Mobil XL. Unbegrenzt für 84,95 Euro. Das ist übrigens der Tarif, den ich selber verwende. Ich verwende den aber im Zusammenhang mit dem Festnetzanschluss. Und da habe ich einen Daten- und Preisvorteil mit Magenta 1. Und zwar geht meiner dann in den Modus an Unbegrenzt, also Unlimited. Da zahle ich hier nur 54,95 Euro aktuell. Ich persönlich zahle aber nur 45 Euro, weil ich den damals etwas eher abgeschlossen hatte, sodass ich da von XL noch profitieren konnte. Also es lohnt sich, wenn man eh Telekom-Kunde ist, Festnetzanschluss der Telekom hat und in Real Life Stream betreiben möchte, halt sich diesen Magenta Mobil XL oder Magenta Mobil L unbegrenzt zu holen. In der Kombination habt ihr einen Preisvorteil. Der Preis wird fast um die Hälfte gesenkt. Und ihr habt eine sehr gute Netzabdeckung. FG habt ihr fast überall in den Städten. Ja, falls ihr euch zum Thema in Real Life Stream noch ein bisschen belesen könnt, ihr könnt gerne auf meiner Homepage vorbeischauen. Da habe ich euch die Vorteile der verschiedenen Netze nochmal dargestellt. Und ich würde mich freuen, wer ihr weiterhin meinen Channel besucht. Denkt dran, subscribt, folgt mir. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne auch was donaten. Ich werde versuchen, in nächster Zeit häufiger solche Videos hochzuladen zu den verschiedensten Themen und sagen, man sieht sich. Ciao, ciao.